In der schon traditionellen Demonstration am Samstag werden einmal mehr deutliche Zeichen für Gleichberechtigung, Akzeptanz und Respekt gegenüber Lesbischen, Schwulen. Halt gegenüber anderen Menschen haben bei uns keinen Platz. Ich freue mich daher sehr, dass ich im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Schirmherrschaft vernehmen durfte, weil ich das unermüdlich ist. Untertitelung des ZDF, 2020 I'll be gone for so long Oh, don't care Egal, wo du herkommst, Respekt. Egal, woran du glaubst, Respekt. Egal, wen du liebst, Respekt. Warum nicht gleich? Ob Schwul, ob Bi, ob Hetero, Respekt. Ob Lesbisch, Trans, ob Intersex, Respekt. Warum nicht gleich? Vater, Mutter, Kind, Respekt. Papa, Papa, Kind, Respekt. Mutti, Kind und Kind, Respekt. Mama, Mama, Kind, Respekt. Warum nicht gleich? Blöde Sprüche auf dem Schulhof, Respektlos. Familie in zweiter Klasse, Respektlos. Verachtung, Hass, Gewalt, geht gar nichts. Respekt, der steht mir zu, Respekt, den zoll ich dir, Respekt, weil er zusammenhält, Respekt. Egal, wo du herkommst, Respekt. Egal, woran du glaubst, Respekt. Egal, wen du liebst, Respekt. Am besten. Am besten.